Hallöchen Leute, wie versprochen wollen wir jetzt zu dritt, hallo Jerome, hallo gut hier, dieses wundervolle Goodie-Bag hier auspacken, das wir gerade in der Hotelrezeption bekommen haben. Original von dem Back to Hogwarts Event, das jetzt morgen stattfindet. Was für ein Event? Ja, das Back to Hogwarts Event in Hamburg, Jerome. Achso, deswegen sind wir hier. Ja, genau, ja. Und, 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 ich bin, also, ich hab schon was gesehen, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Wir werden das jetzt abwechselnd auspacken, ich würd' sagen, wir beginnen einfach hier, oder Ladies first. Ja, Ladies first, ja. Ich bin so gespannt. Und, es ist, oh, eine Schleichfigur. Das ist Herr Ruhine. Tada. Ja, ähm, liebe Grüße an die Leute vom Back to Hogwarts Event. Die wissen, was du willst. Ich geh mal weiter, um das Thema zu wechseln. Wir haben... Oh mein Gott. Oha. Hä? Geil, ist das so official? Ja. So official Harry Potter Popcorn. Ja, aber Butterbier Popcorn, Leute. Das ist einfach Butterbier Karamell Tahiti Vanille Popcorn. Wir sind ja morgen auch bei The Cursed Child im Theater und dann werden wir uns das hinter die Binden hauen, oder? Da, kommt's mit rein. Ja, safe. Ja, es sieht doch so aus, als wär's von da. Genau, ja, denk ich auch, dass man das da wahrscheinlich auch kaufen kann. Geilo. Geilo. Okay, so rum. Also, gleich mal in die Wundertüte. Was haben wir hier? Harry Potter. Mit Hermine drauf. Warte mal, Harry Potter Harry Potter? Ja. Oh, das ist... Oh. Oh mein Gott, das ist eine Special Edition. Oh, die Flüste. Hä, sind die... Sind das auch so stark schwere dann? Ist das so entsprechend gut? Man kann da eine Hermine rumlutschen? Okay. Oh mein Gott, so ey. Meist mal so einen Pieper rein. Ich wusste kurz nicht, ob ich den bringen soll. Aber ich... Ja, aber sind da so keine Characters? Könnt ihr das erkennen? Ja, anscheinend, oder? Und anscheinend? Äh... Boah, keine Ahnung. Was ist das? Ist das der Schöne-Huter, oder? Der sieht so ein bisschen so aus, ne? Sag mal. Ja. Kein Ahnung, ihr kennt noch nichts. Muss die halt mal auspacken später. Aber Leute, hier, guckt mal. Harry Potter Harrybo's. Mega, mega cool. Boah, ja, den nehmen wir auch mit. Ey, wir sind jetzt schon... Snacktechnisch... Snacktechnisch schon echt gut ausgestattet. So, Pia-Storn. Mal sehen, ob wir auch was ohne Hermine mal rausziehen. Und? Oh mein Gott. Uuuuuhh. Alter. Ich hab das schon. Das ist gleich geschickt. Das ist, das ist, das ist, das... Na ja, gut, also... Ähm, es ist ein sehr geiles Kochbuch, aber mit sehr simplen Rezepten. Ich hab ja ein Video darüber gemacht, Leute, schaut's euch gerne an. Aber, ja, ein Harry Potter Koch. Das ist ja ganz neu aus. Ja. Das ist ein Hedwigs. Ja. Ja. Gut machen. Okay, jetzt mit dir schon an. Geht her. Oh, hier ist was kleines, aber kleiner ist ja nicht immer schlecht. Das ist meine Mama auch immer gesagt zu mir. Oh, ein Zwei-Wochen-Tattoo. Ist das so Depp-Eater oder was? Oh, ein Hufflepuff-Tattoo. Ein Hufflepuff-Tattoo, das zwei Wochen lang halten soll. Oh, ich mach mir der drauf. Das krege ich mir auf die Stirn so. Oder so als, ähm, hier, wie heißt das, wenn man das hin... Arschgeweih. Arschgeweih. Oh, ja, so ein Hufflepuff-Arschgeweih. Oh, voll geil. Weil, hier, guck mal, Leute, zwei Wochen hält das dann wahnsinnig cool. Hä, voll die kreativen Ideen. Oh, geil. Aber da ist noch vieles drin, also, weiter geht's. So lange. Ich bin so gespannt, das ist alles so cool. Oh, das fühlt sich noch ein Boom an. Oh, das sieht aus wie... Ah, ein Terminkalender. 2024, 2025. Boah, das ist richtig geil designt. Ja. Wunderschön. Wow. Aber als, glaub ich, erst so Slytherin, ne? Mh, von der Farbe? Ja, von der Farbwahl schon, aber da sind ja, also, so ganz viele Schlüssel, ne? Daut drauf abgewählt, also kein Silberin-Logo, aber hier so geschloss. Aber ich finde, die Farb kommt ja auch richtig geil, so Gold, Goldgrün. Ja, hat schon was aus der Brenn, ja. Schließend von den Farben auf jeden Fall. Geil. Immer gebrauchen, megacool. So, next one. Also, ich hab vorhin schon gefühlt, da sind anscheinend noch ein paar Süßigkeiten. Oh mein Gott, was ist das? Boah, das sieht auch schon wieder so geil aus. Hä, das sieht aus wie so ein Schmuck, was auch immer. Ja, das ist bestimmt irgendwie so eine Kette drin oder so. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh nein, wie, das ist das? Nein, jetzt musst du ja, musst du ja ein bisschen. Hast du Fingernägel? Kannst du da so durchstechen? Oder hier so. Knie, knie, knie. So, wenn das jemand schafft, dann so vier. Hast du Nägel? Nee. Ich auch nicht. Schmeiden. Aber mehr als vier. Oh ja, es geht. Yes. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Oh. 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 Oh mein Gott. Parfümproben. Das sind die Parfümproben. Oh, ich wollte die ganze Zeit schon mal diese Parfüms ausprobieren. Das ist echt mega cool. Oh mein Gott. Ja, das ist saukool. Was steht da für einen Namen dran? Passion, Courage. Ach, das ist, ah, siegt. Für jedes Haus gibt es eine Parfümprobe. Ja, genau. Ja, anscheinend, oder? Und hier zwei für Frauen. Passion und Courage. Courage? Keine Ahnung. Ambition und Wisdom für Männer. Für Männer. Für Männer. Für Männer. Englisch, meine Spezialsprache. Voll gut. Mega. Oh, das ist echt cool. Damit wir auch gut riechen haben, wenn wir im Theater sind, damit wir nicht alle voll schlinken, wahrscheinlich. Ja, ja. Nach dem Tag. Ich habe die Gedankengänge schon verstanden. Oh, hier sind noch Papiersachen drin. Zählen die als Raushol-Sache? Nee. In welchem? Ach, das ist die... Ist das ein Gutschein? Achso, das sind unsere Tickets, oder? Ah. Dann ist er wieder drei. Warte, drei. Stein, zwei, vier. Bereite. Drei Tickets für Harry Potter as a Castile. Cool. Ja, okay, das zählt dann doch schon als eine Sache. Ja. Okay. Okay, nächstes Mal. Und... Jetzt haben wir hier noch mehr Haribo. Oh mein Gott. Noch mehr Haribo. Oh, Harry Potter! Harry Potter, oh, Patronus. Also hier ist es so ein... Expecto Patronum. Oh, länger. Die magische Harry-und-Hedwig-Mischung. Die magische Harry-und-Hedwig-Mischung. Äh, Harry. Harry-und-Hedwig-Mischung mit Geschmacksrichtung Zuckerwatte, grüner Apfel, Zitronen, Sauvet, Cola, Kirschlolly und Karamellbonbon. Und Karamellbonbon. Oh, ja, vielleicht... Ja, doch... Gefällt doch hier wahrscheinlich mehr, als wenn du auch den Niedersen warst. Ja. Okay, das ist die Amine für mich, Zitron. So, warte, was haben wir? Kleinkammer, so Papierzeug noch. Oh, Sticker! Von jedem Haus. Blödes, leider sind wir nicht gut aufgeteilt, also wir haben Ravenclaw und zweimal Hufflepuff, aber... Ja gut, dann hast du ja auch Ravenclaw. Ja, ich schalte jetzt einfach mal nach unten durch. Und wir teilen uns Hufflepuff und dann noch die anderen beiden Häuser. Mega cool. Sehr cool. Ich glaube... Warte. Ich glaube, das war's, ja. Also, Leute, das war unser... Warte, ich hab's halt schon an, glaube ich. Ja, ich muss... Ach so, du wirst mir jetzt gar nicht absetzen. Ja, Leute, das war das Goodieback vom Harry Potter Back to Hogwarts Event. Morgen geht's hier uns dann zum Großmarkt, zum Hamburger Großmarkt. Dort wird das Event ab 11 Uhr starten. Seid auf jeden Fall gern mit am Start. Wir freuen uns sehr auf euch. Sprecht uns gerne an. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß mit unseren Leckereien haben. Und morgen auch im Theater. Leute, freut ihr euch? Ja. Cool, ich will es auch. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.